Nicht weiter auseinander. Sieht bei euch aus? Bei mir sieht's gut aus. Also bei mir ist die... läuft die Kamera jetzt. Nein, da sind die rechts oder links daneben. Seid fast nicht. Das sieht aus... Ich komme so beobachtet von den ganzen Kameras. Die Leute gucken uns blöd an. Ich hab da Karatele gestellt. Ich war so viel Kameras, als ich blöd anklotze. Das ist wirklich cool. Eieieieieiei... Das ist nett. Ich hatte Fiesestöne. Ach, bei mir ist das Mikratzer aber nicht drauf. Ja, weil mir das nicht drauf ist. Oh, das ist doof.